Guten Tag. Hallo, Melioda. Wasch los? Äh, nicht so viel. Das ist cool. Dann erzähl doch ne lustige Geschichte. Lustige Geschichte. Ich hab gar keine. Dann erzählst du halt keine lustige Geschichte. So, in 3, 2 und 4, 1 kommen die Dinger zum Reinmachen. Warte mal ganz kurz. In 3, 2 und 4, 1? Wo bin ich denn? Belef, warum weißt du was aus dem Kopf? In 3, 2 und 4, 1 kommen die Dinger zum Reinmachen. Ja gut, dann äh... Was machst du? Ich spiel Resident Evil 4. Was machst du? Du bist grad voll im Stream drin, aber egal. Du bist ja gut. So. Hab ich jetzt irgendwas zu viel verkauft? Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Egal. Äh... Jetzt hast du mich abgelenkt. Jetzt bin ich... Jetzt hab ich verkackt. Aber ich kann den noch... Ich bin so sorry. Go away now. Don't talk to me. Go away. Aber ich könnte ja mal... Was könnte ich denn verkaufen? Ne Grenunz zum Beispiel. Ich dachte heute wäre Heroes of the Storm. Ja, nee. Irgendwie... Ich hab dann vergessen, dass ich auch mit euch zocken könnte. Ach. Eine Brandgranate und jetzt... Ich hab gestern endlich mal angefangen zu spielen. Also ich kann's jetzt auch ein bisschen... Ich hab Vanessa gezwungen quasi dazu zu spielen. Die spielt das jetzt auch. Sturmgebein. Ja, da war das fünf Leute gewesen. Mensch. So. Ja. So, ha. Jetzt hab ich ihn mit 20.000. Ha. Ich bin so großartig. What are you boyin? I don't know. What are you boyin? Stell dir so dumm Kackfragen. Du guseher Typ. So. Muss man mal speichern. Ach, dass es nochmal weiterspielt. Ist nicht gerade gespielt. Ja, doch. Ich muss es ja auch irgendwann mal durchkriegen. Verkauft er nicht könnte... Das ist ja viel großartig. Ich glaub, das nächste Mal verkaufe ich meine Jungfräulichkeit. Und davon kaufe ich mir dann irgendwie... Ach so. Ich könnte mal gucken, was der so anbietet. Schon gar nicht geguckt. Ne Schatzkarte, ne Pistole, ne Red Knight, ne Punisher. Ne, Punisher war doof. Blacktail war auch doof, oder? Glaub ich zumindest. Broken Butterfly, Gewehr, Schrotgewehr, Striker war cool. Stummel, wollen hier hab ich... Minenwerfer, Raketenwerfer, Schulterstütze. Schulterstütze, TMP, Zielfernrohr, Zielfernrohr halbautomatisch, Zielfernrohr Minenwerfer. Ja gut, dann... Mehr geht da tatsächlich nicht. Man könnte sich ja nochmal heilen, eventuell. Nicht. Ha, ha, ha. Oh, scheiße. Bah! Das ist ja wohl... Sieht schon ein bisschen aus... Wie ein... Rektum. Nein, das hat sie ja gut angenommen. Ja, er hat sie quasi in das Riesenarschloch gesteckt und dann... Oh, oder auch nicht. Aber irgend so ein Arschloch hat sie entführt. Das ist ja fast das Gleiche. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was gleich passiert. Welcome. Welcome to my life. So. Ach, guck mal. Der verliert auch gerade seine Jungfräulichkeit. Bye. Bye, guys. Das ist so wierlich, ey. Wer designt so eine Scheiße? Und auf welchen Webseiten sind die da einfach einmal Gozy gegoogelt? Bah, Digga. Bah. Du bist hässlich, Alter. Hässchlich wie die Nacht. Oh, das ist doch... Oh, das ist ja ein Zelda-esker Twist. Wer hätte denn damit gerechnet, dass er die Tür jetzt zugeht? So, ich schieße dir jetzt erst mal richtig in den Kopf, Alter. Pass mal auf, hier. Ja, ich schieße. Du bist schon ziemlich am Schluss, kann das sein. Was bin ich? Bist du schon ziemlich am Schluss, oder bist du noch in der Mitte? Äh, ich bin... Was zur Hölle, was zur Hölle, was zur Hölle, was zur Hölle? Was bist denn du für einer? Oh, ich schieße. Oh, scheiße. Spawnt der die Drecksflieger jetzt? Das ist ja. Und bin ich... Wohnt ihr nicht zusammen? Wieso trefft ihr euch bei mir im Chatroom? Äh, im Teamspeak? Das finde ich jetzt echt schief. Das ist bad. Achso, das ist bad, sorry. Es kann gerade irgendwie... Ähm, was? Ja, was spawnen die da? Die spawnen da unendlich, ne? Scheiße. Imre heißt auch mit echtem Namen Frodo. Wir heißen alle Frodo mit echtem Namen, oder? Ja, ja. Besonders Frodo. RCS Frodo. Frodoologie, die Frodo des Frodo. Äh, ne, aufheben. Haben wollen. Ausweiten. Haha, hast du dir gedacht? Warm, voll in deine Augenfresse. Oh, guck mal! Äh, aha. Ich bestimme jetzt einen Frodo bei Frohtmec. Oh, warte mal ganz kurz. Ich muss mal konzentrieren. Ich muss jetzt mal kurz mit meiner Magnum da dem Typen in die Fresse schießen. Hey, jetzt reden sie im Chat über Held. Ah, da kann ich nicht mehr schießen. Ja, haha. Alter, habt ihr gesehen, wie ich ausgewichen bin, ohne auszuweichen? Krass, oder? Reicht, reicht. Eigentlich wollte ich nur abdrücken. Äh, sollen wir hier kurz mal den Typen in die Fresse schießen? Der tickelt. Ich schieße dir in dein Auge und du sagst, das tickelt. Ey, das ist ja easy. Ich sagte, das ist ja easy. Du tickelst. Äh, sie ist tickelt. So. Oh Gott, jetzt kriegt er mit bestimmt auf die Fresse, oder? Nee, doch nicht. So, jetzt wieder die broken Butterfly und dann ist wieder Fresse schießen Action angesagt. Dreimal in den Kopf. Nein. Ich bin entschuldigt, meine Wortwahl. Was doof ist, wenn ich jetzt auf die Maus umwechsel, eine dieser Tassenkombinationen wird es schon sein. Ich hämmer einfach beides immer und dann... Oh. Einfach so. Mann, du Bestatt. Was ist das denn für ein einfacher Bosskampf, ey? Bam. Bam. Kannst du jetzt bitte mal verrecken, Alter? Das ist doch... Entschuldigung, bitte. Da hat sich aber einer nicht viel Mühe gemacht. Oh, fuck. Hä? Ich bin doch aber ausgewichen. Linke und rechte Maus. Das ist doch die linke und rechte Maustaste. Das sind doch... Linke und rechter Trigger. Ich dachte, das hätten wir gerade etabliert. Also ich zumindest. Der zählt nicht, der Tod. Wegen, weil... Arschlauch-Moves. Muss ich jetzt nochmal von vorne machen eigentlich? Sagst du das bei jedem Tod von dir? Ja. Nee, aber tatsächlich... Tatsächlich habe ich vorher extra probiert rauszufinden. Weil wenn ich mit der Maus spiele, dann zeigt er mir die Quick-Time-Events auch mit Tastaturbelegung an. Aber ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass rechte Maustaste, linke Maustaste genauso das gleiche ist wie linker Trigger, rechter Trigger. Weil es ja zielen und schießen ist. Und genau das... Weißt du? Egal. Der Schicksal soll doch in dem Fall der Tode mit zählen heute. Bam. Bam. Bam, bam. Bam, 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 bam. Warum ziehe ich so scheiße? Bam. So, jetzt kommt er da raus. Ja, keiner interessiert sich dafür, dass du aus deinem Kokon kommst. So, hier haben wir kurz die Waffe gewechselt. Oh, ich schieße einfach mal damit. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass man damit auch ein bisschen was anrichten kann. Und nochmal. Jo, wat? Wo kam der denn hier? Mach mal nicht, Digga. Ich weiß nicht mal, dass der seinen Maul aufkriegt. Jetzt kommt er doch nicht mehr raus, oder was? Na doch. So, ekelhafter, ekelhafter. Der sieht so ein bisschen aus. Weiß ich nicht, wie so ein kleiner Hj-ler. Tipp mal drauf, der stirbt. Der Gewinner kriegt die Produktion des aktuellen Hut. Aber ich habe doch gar keinen Hut an. Hier, genau den. Da wolltest du deine Ulti einsetzen. So, was heißt aber alles, was krass ist, heißt aber jetzt Ulti. Wollt er seine Ulti einsetzen, ja. Ich habe das Gefühl, ich mache aber noch irgendwas. C, E, X, Y, Z, V. Oh, alle Knöpfe gedrückt. Nope. Boah, das wäre es jetzt gewesen, wenn er da in das Maul von dem Ding... Digga! Komm mal klar hier, zieh mal bitte. Wenn er in das Maul von dem Ding reingerückwärts-Saltdut wäre. Boah, voll in deine Fresse, du kleines hässliches Bastard-Kent. Ja, das war's. Wie oft bin ich denn jetzt gestorben eigentlich? Einmal nur. Irgendwer einmal getippt? Ich glaube nicht so, weil alle von euch sind sehr, sehr weine Leute und ich liebe dich. Und ich will nicht mit dir sprechen. Bitte nicht mit mir. Und reden alle meine Munition für das Schnaf-Schützen-Gewehr. Das Schnarch-Schützen-Gewehr wäre auch schön. Ich glaube, so nenne ich das ab jetzt. Alter, wir haben hier Schwarm, Digga. Kann mal einer vorbeikommen und mir eine Klimaanlage einbauen? Danke. Ah, das war dumm. Ja, wir haben ja im Büro auch eine. Aber ich bin ja nicht im Büro, wie eventuell merkt, an diesem Hintergrund. Ansonsten hätte ich jetzt nämlich gar keinen Hintergrund, weil ich stand ein Greenscreen ab. Oder eine ganze Green Wall sogar. Hey, guck mal, was hier drin ist. Geld. Kann ich jetzt eigentlich nochmal zurück zu dem Typen? Nee, kann ich natürlich nicht. Schnarch-Schütze. Nein, nicht schnarch, ich schnaf. Schnaf-Schütze. Kam eigentlich schon das Nerd-Ranking mit den... Wie, was? Ist schon alles voll schon wieder? Das Nerd-Ranking mit den... Besten, nervigsten Gegnern? Ja. Okay. Was aufkommen, aber das weiß ich noch. Ach, stimmt, das habe ich ja... Da habe ich ja sogar das Thumbnail gebastelt für. Weißt du, wenn ich mir wirklich was drauf auf der Liste war? Was aufkommen, weiß ich noch. Ja, ich weiß, eine Sache ist auf der Liste und die kommt jetzt nämlich auch demnächst. Also ein bisschen dauert es noch, aber... Ey, Leon. Als ob dem da nicht der Arsch bei wegbrennt, wenn der sich das Seil da so hinter klemmt. Bitte dich. Äh, was? Achso, eine Snake. Wo ist denn die? Dreckige Dreckschlange. Hier, komm her. Krieg schon den Kopf. Haha! Und ein Ei. Ein braunes Hühnerei. Das ist mein Lieblingsei. Nee, eigentlich ist mir das... Ei ist egal. So. Das sind ganz schön viele Sachen, die ich hier habe. Hätte ich den jetzt eigentlich platt gekriegt, wenn ich da einmal mit einem Raketenwerfer draufgeschossen hätte? Ich wage es zu bezweifeln. Die El Generadores. Du meinst die Regeneradores, weil die sich regenerieren. Die El Generadores ist ja auch geil. Da musst du dich gerade ein bisschen drüber lachen. Das hast du lustig gesagt. So, ein Spinelli. Eine Blendgranate. Ein Typ, der Sachen verkauft. Boah, scheiße, ernsthaft? Fuck. Äh. Ach nee, ich könnte ja mal. Was ich ja mal tun könnte. Wäre die ja mal nachladen, ne? Bestimmt gleich wieder mehr Platz im... Im Inventory. Siehst du? Viel besser. Boah, da ist ja noch mehr. Das ist ja wie Weihnachten. Oh, kacke, ernsthaft? Das ist ja jetzt scheiße. Äh. Hallo. Erstmal ein bisschen TMP-Munition. Ey, das ist was denn hier los? Das ist aber nicht das Resident Evil, was ich kenne, so mit Munitionsarmut. Alter, hab ich viele Granaten. Ich bin der Granaten-Overlord. Sollte ich mal mehr Granaten tun als... Ja, wahrscheinlich. Aber gegen so einen Endboss-Granaten zu benutzen. Gibt's hier irgendwas Cooles jetzt? Nee. Wir haben Granaten... Red 9. Exklusiv. Achso, erhöht die Feuerkraft über die Grenzen der Waffe hinaus. Not enough cash. Das ist natürlich doof. Aber das hebe ich mir auf jeden Fall auf. Striker. Nicht. Könnte das jetzt alles tunen. Das mach ich aber nicht. Aber wie viel Geld brauche ich denn? 80.000, ne? 80.000. Wie soll ich denn 80.000 zusammenkriegen? Was are you selling? Niemand hat 80.000. So, ein grünes Kraut mal drei. Ein grünes Kraut zweimal. Ich kann ja mal von jeder Hand... Blendgranaten nicht. Verkauf einfach jetzt mal so, dass ich von jeder Hand... Von jeder Granate irgendwie... Drei Stück hab. Und dann ist das gut. Striker, Raketenwerfer... Das kann ich einfach... Alles nicht verkaufen. Das wäre halt irgendwie... Dumm, das zu verkaufen. Findest du nicht? Äh... So. Und... Oh, so viele Sprays. Ich hab zu viel von allem. Ich hab zu viel von allem. Und es ist alles unsortiert. Mein kleines, ordentliches... Ich kotze... Ich hab drei erste Hilfesprays. Was zur Hölle? Warum hab ich denn drei erste Hilfesprays? Und das war dämlich. So. Jetzt hab ich genau noch... Äh... Wie viele Slots? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Naja. Kann ich mit leben. Ich jetzt eine Waffe... Ach nee, Waffen findet man ja eh nicht. Dann ist ja gut.